Ja, was geht? Wir sind gerade in Neustadt, in der Sade. Bisschen Innenstadt und so. Schön. Wir gehen jetzt in Müller. Wir können uns da ein bisschen... Mann, wie weit ist das noch zu mir? Ah, da vorne ist ja direkt. Schön, ich lade die da jetzt aus. Beziehungsweise ein. Was ist denn jetzt? Mann, wie ist der Felix? Komm, gib mal her, da oben ist der Felix. Stahl. Ja, wir gehen jetzt gerade nochmal in Müller. Sieht meine Haarekert scheiße aus. Ja, und das ist jetzt mein Kunde. Der Felix? Ja, das war der Felix. Ich heiße auch Felix. Wir filmen gleich an meinem YouTube-Kanal. Ja, das ist der Felix. Das ist für meinen YouTube-Kanal. Ja, der will eben wenigstens gefilmt werden oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in Müller. Die Kameraden hier. War los? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt in Müller und gucken mal nach Energie und sowas. Qualität wird wahrscheinlich nicht alt. Ja, Felix ist nicht so weit. Handy ist und so. Ja, ich will gucken mal. Ey, wir waren nicht so lange und so. Also. Wir laufen jetzt. Wir laufen jetzt. Energies. Gönnen uns da ein bisschen. Ja, ich glaube mal unten in die Comments, ähm, was für Energy-Sorte ihr am liebsten mögt. Marke und Sorte. Topstar oder normal oder... Ey, ja mal gucken. Ey, also was. Rockstar, dieser blau oder... Alter, jetzt schmeckt. Ich glaube, ich gönne mir wieder Red Bull, Alter. Red Bull hat damals zu. Ja, Monster. Dreh mal Kamera drauf. Oder Rockstar. Ja, Leute. Rockstar. Kommen. Zweit unten. Jetzt wird man richtig gekonnt, ne? Obwohl, ne, ist einfach kaputt. Monster. Topplacement. Zwischendurch. Das war Red Bull. Red Bull Beste. Red Bull Beste, Alter. Best Man auf der Wahl. Ja. Ja. Oh, Alter, der hier. Warte, man dreht mal Kamera. Gibt's hier Effekt? Oder... Nein, ja. Was? Ja. Ja, man kann nicht drüber ausnehmen. So, wenn man... Du musst ihn mal komplett hinterfüllen und so. Au. Hey. Warte mal. Meine Freunde, die reden gerade, und ich und Tim, wir überlegen noch. Also, Tim hat sich zwei Red Bull gekauft. Ja. Lass da nochmal hochgehen und einen schönen Preis. Und irgendwie Spiele kaufen oder so. Ja, du hast Bock, Alter. Du hast viel Geld dabei. Ja, ich hab... Ich hab... Ja, genau. Hier. Ja, wir holen uns zwei Red Bull und so. Und wir wollen das jetzt hier morgen mit in die Schule nehmen. Und wir füllen das hier in so ganz normale Flaschen, das hier so rumt. Jetzt sagen wir einfach das Apfelsaft. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das dann die Lehrer mag. Ja, was gab's hier? Nee, die sind für jeden Fall so dummer für. Ja, jetzt gucken wir mal. Hey, lass mal nach, ähm... Ich bin dein Einweg-Shishos gucken. Oh, natürlich. Lass mal diesen Einweg-Shishos gucken. Oder? Ja, okay. Hey, die kosten halt echt Eis-Shakes. Die kosten immer wieder grün. Guck mal wieder grün. Boah, geil, ey. Guck mal, Leute. Guck mal, Leute. Hier, beste Schminkzeug. Beste Schminkzeug. Ja. Ich gönnte Tim sich immer, ne? Der kleine Sebastian. Ich gönnte es sich immer. Und der hat sich auch so einen Arsch ausspunsten lassen, weil es noch glücklich und fett ist, ne? Ja. Also, es geht mal weiter. Hast du einen Laufstock? Ja? Ja. Ich filme jetzt hier ganz direkt und... Wir sind schon bei... Drei Minuten. Drei Minuten. Das Ding ist, wenn... Wenn ich, ähm... Musik im Hintergrund packe... Das Ding ist, wenn ich Musik im Hintergrund packe... Das Ding ist, wenn ich Musik im Hintergrund packe, versteht man mich nicht mehr so gut. Ja, wir gucken mal, dass wir das Video gar nicht ausgestattet haben. Ja. Weil der Tim hat jetzt jetzt so viele Abonnenten. Ja. Zwei Stück. Ich lege den auf der Deck. Man kann auch nicht mehr auf der Kamera. Ja. 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 Wollen wir erst noch mal hoch? Ja, komm. Gehen wir mal hoch. Ja. Wir gehen jetzt noch mal hoch in die Spielabteilung. Also nicht. Spielabteilung. Die Spielabteilung. Ja. In die Gamingabteilung. Ja. Und bis... Also wir sind jetzt oben in die Spielabteilung. Und mein Freund. Ja. Wenn ich uns jetzt... Oh, Scheiße. Ey, guckt euch mal an, ey. Nein. Das ist das Beste. Also das haben wir nur Scheiße, ehrlich gesagt. Also wir sind alle Bayern-Fan. Bayern-Beste Mannschaft. Beste. Aber trotzdem, wenn jetzt unsere Abonnenten oder... Ja, wenn wir jetzt Dortmund-Fan sind, dann ist es... Ja, ist auch gut. Weil mein Ongel ist auch Dortmund-Fan. Ja, wir sind auf jeden Fall kein Dortmund-Fan. Wir sind alle Bayern-Fan. Bayern-Beste. Ja. Beste der Mannschaft. Ja. Jetzt gucken wir hier gerade mal Handy und so. Und wegen Juhn und Zeugs. Alter, da hast du einen Glaskopf kaufen. Guck mal. Ja, da hast du einen Gaskopf kaufen. Ja, auf jeden Fall wir gucken jetzt hier. Ja, ich geb mal weiter an Timmy. Ja. Es gibt da so so geile Games, die noch nicht haben und die ab 12 sind. Also ihr müsst euch nicht erinnern, wenn manche Freunde zu mir rufen. Also Spitzname. Spitzname. Ich frage, wo die einzigen Shisha sind. Oh, wie? Was ist das? Ja, weil sie uns hier alle kennen. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Sollen wir die MotoGP kommen? Nein. Alter, das hab ich. Also das Game ist richtig geil. Ja, ich weiß. Hab ich auch, hab ich auch, hab ich auch. Zeig das mal, zeig mal. Guck mal hier. Das ist nicht vor Speed. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist richtig geiles Game. Ja bitte, ja. Ja komm, soll ich mir MotoGP kommen, weil ich meine Sonderangebote hier. Das ist richtig geiles Game. Jetzt hab ich 99, Alter. Ja, aber wir gucken. Das hab ich auch. Das hab ich auch. Ey, guckt mal Leute. Das hab ich auch. Ist auch so geil. Ja, FIFA 17. Auch FIFA 17. Auch richtig geil. Und ja, einschadet 4. Oder sowas. Ja, und das wird halt eben GTA 5. Zock ich halt immer bei denen. Sonst schuchten wir durch. Ja, und sowas kauft sich der Moritz immer. Ja, ja. Sowas kauft der. Spaß sieht jetzt nicht immer. Ja! Ja, Junge, Alter. Das müsst ihr frei raus schneiden. Nee. Ja, und jetzt gucken wir halt ein bisschen. Ja. Also bis gleich. Ja. So, hab noch gesagt. Zu den Bros getrennt. Ja. Ja. Gehen zum Busbahn los. Ich bin nur in der Stadt. Ich hätte auch ein bisschen was für mich zu filmen. Ja. Dann ne. Ja. 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 So Leute, Ein bisschen gefüllt hier und so. Ja, ich würde mal sagen, ich bin kein Leiter. Wir sehen uns im Hexen-Video wieder und ciao!